Hush, where are you at? I need a hit. Wie viel? Leute, wisst ihr eigentlich, dass wir uns in der Dritten für den Schwerpunkt entscheiden müssen? Puh, bist du schon gleich, hm? Nein. Schaut mal, hier bekommen wir die Infos. Hallo. Worum geht es euch in den Schwerpunkt, wenn ich mir verhandeln muss, dass wir uns in der Dritten für den Schwerpunkt entscheiden müssen? Kreativitätstechnik. Marke. Werbung und Vermarktung. Rhetorik und Kommunikation. Praxis vor Träger und Firmenbesuchen. Selbst- und Zeitmanagement. Ah, das ist ja cool. Komm, ich zeige dir den Schwerpunkt, Nase und Unternehmensberatung. Ha, jetzt baue ich ein Hotel auf die Kappnerstrasse und bekomme dann nach einem Schlag 1.950 Euro. Achtung, wenn du das machst, dann hast du kein Geld mehr. Kauf dir nur drei Häuser, dann bleibt dir von Nullfälle noch Geld für die Arbeit. Du hast recht, baue ich doch nur drei Häuser. Achso, jetzt verstehe ich's. Aha. Hier lernt man das Unternehmen dabei, zum Beispiel die wichtigen Entscheidungen zu treffen. Genau. Herr Spiderman, wir haben Sie erwartet. Schnell, die Operation kann beginnen. Wo sieht das denn aus? Was ist die Diagnose? Erdkendenze, wir brauchen Fertigkabel. Jetzt können Sie loslegen. Achte auf das Fahrzeug sein. Achte auf das Responsive Design. Okay. Fertig, wie sind die Besten? Die Besten. Und wie schaut's aus mit dem Beam? Wir nehmen alle. Fertig. Danke. 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 Bist wahnsinnig und das soll ich bis nächstes hier hinkriegen? Ja, das kriegst du schon hin. Du arbeitest ja nicht allein, sondern mit zwei bis drei anderen Übathemen. Und die Lehrer helfen mir mega gerne. Ja, aber jetzt weiß ich noch immer nicht, welche Firma ich zur Diplomarbeit nehmen soll. Ja, aber eigentlich hast du da eh Mut aufzuhören. Ja, das schaffen wir sicher. Ja. Das schaffen wir sicher. Ja. 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 Ja.